Welcome to the Germans being part of Europe! Hey, heute den ganzen Tag. Wiki Atelier live auf Zoom. Wieder wie neu bei Wikipedia? Alles, was du wissen musst. Den Link zum Atelier findest du in der Videobeschreibung. Wir nennen es Sprint 46. Einfach klicken. Die Zugangsdaten zum Zoom-Video einfach scrollen und dann klicken bei Zoom und drin bist du. Ab 9.30 Uhr kannst du testen, ob dein Setting funktioniert. Um 10 Uhr beginnen wir dann mit den Begrüssungen. 11 Uhr dann in den Arbeitsgruppen. Wir haben 5 Arbeitsgruppen vorbereitet. Du musst nichts können und wenn du was kannst wunderbar... Gruppe 1. Erste Schritt in Wikipedia. 2. How to Manuals. 3. Editieren in Wikipedia. 4. Fotoslider und dann... Wow! Mit dem Chef von Statistik Stadt Zürich. Arbeitsgruppe 5. Wikidata. Sprintanforderung für Arbeitsgruppe 5. Ich möchte, dass die aktuelle Einwohnerzahl in Wikidata und Wikipedia angezeigt wird. W-Frühling ist das neue M-Frühling. Hey! Reclaim.de.wikipedia.org Sei mutig! Ich treue um es nach unten.